Hallo Leute, weiter geht's mit Duke Newcombe Duke Dome Jo, starten wir's morgen Gut, hier sind wir, ich hab die Tür hier aufgemacht Es ist einfach los Wer hat mich hier? Ich denke, dass ich einen Ripper jetzt einsetze Oh, was ist jetzt hier passiert? Ich hab die Schweine-Mationen hier Okay, so kleine Schweine-Mationen auch nicht Es sind schon ein paar Schweine Hey, was ist das? Hallo? Hey! Ich lass aufheben Kann ich wohl nicht Schade Ach, meine Statue Sie ist... Kaputt Könnt ich die reparieren? Um mein Ego so ein bisschen zu verbessern Wäre das möglich? Nein Nein Ich glaub's nicht Äh, schade aber auch Naja, versucht was ich mal hinwerd Das Auto ist cool, ich möchte damit fahren Jetzt hab ich's angezündet Jetzt kann ich wohl doch nicht mehr damit fahren Oh, ich stolze eigentlich Ja Geil Schöne Explosion Push the button Push the button Push the button Ich hab's gemacht I push the button I push the button Earth Defense Force, Munition Muss ich wohl eher kaputt machen? Ja Gut, nochmal, push the button Geht mit auf Geht mit auf Muss ich wohl hier rein Oder? Ich weiß das einfach nicht Wo soll ich lang? Hm Hm Beim besten Willen Ich hab keine Ahnung Kann ich hier vielleicht irgendwas tun? Irgendwas schubsen Ziehen Schlagen Schießen Nein Nein Hm 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 Wirklich? Ich weiß jetzt nicht Hm Hm Also gibt's doch Irgendwas hier Hier muss es doch was geben Okay, hier oben Ah, alles klar Ja Ich hab's Das wohl gefunden Drehzelslösung Explosiv Diese Sachen Get Explosives Ja Ah, Strohmann Gut Jetzt auf einmal geht's Und ja Hallo Schweinchen Hallo Schweinchen Oh Mann Das sind dicke Schweine Das sind dicke Schweine Dennoch keine Gegner für mich Ich hab's Gäste Ich hab's Ich hab's Ich hab's Gäste Ich hab's Ich hab's Granate, 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 Granate! Nein, ihr Schweine, kriegst du dich! Die schiessen aber schon recht aggressiv! Checkpoint saved! Gut, ok, oh mein Gott, das ist ja nett, das! Oh ne, der Typ, der Typ plantiert irgendwas! Den APG, oh mein Gott! Nein, sag ich doch, ich plan hier irgendwas! Scheiße! Scheiße, Scheiße! 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 Ah, der Kopf ist schon plats, der Kopf hat schon gesehen! die Welt gab er mit sagt mir nicht dass nah am ehem in den Nini dieses ganze Spektakel und die Tür geht nicht mehr der gleiche überklettern können ja ich hätte einfach rüberklettern können aber nein die Uke kriegt das einfach nicht hin da hatte die Kompatio wenn der Red Barrel kräftet der Ecke die hat nichts verstanden egal nicht so wichtig so das beste Kontinuum an die Schöpfchen und es gibt weiter der Begegnung genommen haben ohne dass gibt Ok, hier sind überall Löcher und irgendwelche Eier Ja, ich verstehe lieber, das ist nicht gut irgendwelche Eier Stücke, oder? Was sieht aus wie Eier? Ich weiß es nicht Gut, dann So, wieder ein kleiner Rätsel, und kein Rätsel hier Das ist ein Alien hier Iii, jetzt ist es mir erst erst jetzt ist es mir aufgefallen Das Ding bewegt sich, das ist ein Alien, das ist so widerlich Naja, das muss ich bestimmt später Ok, das habe ich schon mal damit erreicht Dass sich das Ding hier kippt Ich weiß nicht mal warum Hoch, hoch damit Ah, alles klar, jetzt habe ich es Genau Das packe ich mal, grab Throw Nein, ich werde das jetzt nicht werfen Ich packe das hier hin Throw Ja Ich brächte noch mehr Dreck Genau, ich glaube, ich weiß schon, was ich zu tun habe Wenn das klappt, wie ich es mir vorstelle Was ich sowieso tue Ne, das fehlt noch ein bisschen Noch einen letzten, naja, ich versuche es mal so Vielleicht kann ich es jetzt schon machen So, 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 so Ihr wisst schon, was ich es vorhabe Und zwar da oben So wie lange Das dann hier Komm, mir Da, 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 ich Bingo So, krieg's nicht hin, ich muss von oben Ich glaub, kein Problem Problem, Chef Das mag ich gerne Oder Krieg ich das vielleicht so hin, nein, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich, ich, äh hoffe, ich hab's alles richtig gemacht Wenn ich hier noch ein Fass finde, könnt ihr den Fass benutzen, aber ich denke, so habe ich alles richtig gemacht Nein, heilige Scheiße Letzter Versuch, letzter Versuch, danach hab ich noch eine andere Idee Okay Hm, unnötig Ich hab's geschafft Gut, eine Stoßdelte, klar So nicht Oh man, sorry about your arm Hast du einen Ring? Könnte man gut verkaufen Nein, nein, das wird's eine dumme Idee Die sind verschwunden Die kommen Irgendwie Die kommen Irgendwie Oh, seid ihr ja Okay, ihr Typen Ihr seid hartnackig, das sehe ich jetzt auch Nein, der wird's mich töten, verdammt Oder auch nicht Cool, ne neue Waffe Ne gute Waffe Fällt's mir, der fällt mir Okay, die Juk Die geht's weiter, die Juk Die geht's los weiter Hier hin, okay, da ist ein Kran Nein, ich brauche Wo finde ich dieses Gebräu Ah, da hab ich ja glaub ich schon Das ist sie glaub ich Oder? Hier oben? Ja Oh mein, Mist Jetzt hätte ich mir an denken können, dass das bricht Okay und jetzt, äh Eine Pistole Nein, 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 keine Pistole nehmen Nein, 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 nein Jetzt hier runter, das ist richtig Ich weiß es nicht Der Konzept, ja, das war wahrscheinlich wichtig So, hier, wenn ich ein paar Leute beim nächsten Mal geht's an, hi, ist weiter ich bin, da Ich bin, da Ich bin, da zu Vielen Dank.